So, auf geht's, erster Schlüsselstein, mit einer Random-Gruppe. Mal gucken, wie es läuft. Plus zwei. Ich bin sehr gespannt. Vor allem beim Endboss mit den Splittern. Der Winke ist doch noch gar nicht da, oder? Doch, da sitze. Okay. So. Erstes Endboss. 5, 4, 3, 2, 1. Seid vorsichtig, Champions. Mein Gewölbe ist vieles, nur nicht harmlos. Diese Weltlinge sehen alle, die nicht von meinem Blut sind, als Bedrohung. Ihr Blick durchdringt alles. Wenn sie euch in der Nähe sehen, werden die Kreaturen euch aus dem Gewölbe entfernt. Oha, geht ja schon gut los. Kriegt er mal richtig im Kopf. Hm. Sind das für Waffs? Glanz, ne? Oha, wow. So, weil in dem Scheiß drin stehen bleiben, ist nicht so toll. Ja. So. Das. So. Patton. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Ganz toll. Der ist eine tolle Aktion gewesen. Nein, jetzt ist der Baum weg. Schade. Ich dachte, den krieg ich auch noch hoch. Ich bin gespannt, ob sie den nächsten kennen. Mein geliebter Malygos schenkte mir einst arkanes Saatgut. Ich pflanzte es hier. Ein kleiner Garten von ihm. Aber über die Jahre ist der Garten verwildert. Ihr müsst ihn für mich pflegen. Erraten. 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 Leiline Sprouts Infused Strike Erupting Fissure Explosive Friend Consuming Stomp Insider Neu 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 keine spur von den splitter flammen kommt hier entlang der standort meiner kammer wurde ausgewählt um diese mächtige linie zu nutzen eine augenweine jahrs aber ich weiß nicht welche auswirkungen sie auf eure sterbliche form hat achtet darauf ob euch zusätzliche fortsätze wachsen ihr habt eines meiner bücher der trans lokation entdeckt da der großteil der verwalter das gewölbe es nicht fliegen kann habe ich damit eine sichere transportmethode entwickelt ich bin ich bin Entschuldigung, das war ein Anruf während der Aufnahme. Konnte ich jetzt leider nicht vermeiden, aber wir leben ja noch alle. Und es ist mal faszinierend zu sehen, dass jetzt nach diesem Patch die Tanks auch mal Schaden kriegen. War ja vorher nie so. Gut, das ist natürlich blöd, wenn die nicht Tanks so ne Menge Schaden kriegen. Oh, jetzt bin ich zu weit weg. Mein Freund. Ja, da ist halt das Problem. Bei random Gruppen ist es halt die Kommunikation, die fehlt. Leider Gottes. Muss man sich schon überlegen, ob man sich das wirklich antun möchte. Aber ich denke mal, der plus zweier jetzt geht noch. In höheren Keys könnte das schon kniffliger sein. Was schreit der mich denn da von links so an? Jetzt hat er aber Bock. Ich bin gleich definitiv beim Endboss gespannt. Weil da bin ich glaube ich bisher immer gestorben. Weil ich das mit dem Bewegen, nicht bewegen nicht so gut hingekriegt hab. Wegen den Debuffs, die man da kriegt und dann haben mich die Kugeln erwischt. Vielleicht kommt ja noch der Noob-Filter. Die Typis, die da die Leute durch die Gegend schubsen. Gucken, ob jemand fliegt. Ach, kam danach erst? Ach stimmt, ja. Ne, ich dachte, es kommt jetzt der Boss schon. So schön, so mächtig. Oh, nicht so weit weg gehen. Holla. Wollte das aber wissen. Wollte das aber wissen. Jetzt habe ich den Knopf nicht gefunden. Auf die Schnelle. Das ist natürlich Peter. Wow, warum fisst der so viel? Leute! Leute! Das ist aber auch eine Mobgruppe. Wow. Wow. Ich sehe die Findungen. Ich sehe die Findungen. Das war jetzt aber Knappjäger. Ich sehe die Findungen. Das war jetzt. Ich sehe die Love. Ja. Oh Jäger, beweg dich. Ich kann auch Movement-Krüppel machen hier, das wäre echt uncool. Oh Kugel, oh Kugel. Mensch, Dorr. Oh, nicht schon wieder. Macht die Olle kaputt. Los, sehr gut. Die Splitterflammen müssen dort sein. Reißt alles nieder, wenn ihr müsst. Ich werde das Geheimnis enthüllen, dass sie ihr Wetteslust hatten. Zelesch darf das letzte Siegel nicht brechen. Die Folgen wären verheerend. Warum nicht? Oh, okay. Ich muss erstmal was anvisieren. Hallo, ich hab den noch anvisiert. Bin mal gespannt mit dem, wenn der die Voids legt, ob die die alle einfach mitten im Weg ablegen. Guck mal nämlich auch doof aus der Wäsche. Aber erstmal ankommen ne, bisher hat es ja auch eigentlich gut geklappt. Aus der Loop geballert den Frosch, guck dir da dann. Ah, mit hier. Echt, man kommt an den vorbei. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, was man die Gruppe gar nicht machen muss. Oh, lauft nicht alle da raus, bitte. Macht kein Mist. Das hier ist übrigens der Noob-Filter, den ich gerade meinte. Ich brauche ein Ziel. Aber es scheint ja alles gut zu gehen. Ich hab kein Ziel. Jetzt greif nicht an, bevor nicht alle da sind, dann stehen wir nämlich da. Jetzt schauen wir mal mit dem Voids. Keine Bewegung. Na, ich geh aus der Katze raus, Mensch. Ja, super. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist, kommt nicht gut. Aber es sieht ja gut aus bisher. Nervt doch nicht, Jung. Das ist ja gut aus der Katze rauskriegen. Quatsch nicht. Nicht immer auf den Armen heiler. Das ist klar. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt noch der Endboss. Wenn sie den nicht alle komplett verkacken oder wir alle komplett verkacken, dann geht das. Ich meine mich damit natürlich auch, weil ich bin selber auch davon betroffen. Ich kann den Kram zwar runternehmen, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit nur von mir runternehmen. Und Splitter. Ganz toll. Meist mir die Splitter genau vor die Füße, der Sack. Gut, vom Tank das runternehmen ist mehr oder weniger überflüssig, glaube ich. Und dann sieht man ja wieder Basic. Hallo? Auf jeden Fall an. Oh. Warum schubst du mich? Hallo? Warum kann ich nicht? Ja. na lass mich zufrieden ja bin ich auch läuft gut und movement von den allen super bin ich der hier noch drauf geht ja sehr schön erster schlüsselstein ist aber leider schlechter auf jeden fall hat es gut funktioniert bis zum nächsten video